Guten Morgen, liebe Sprenbergerinnen, liebe Sprenberger, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Einen schönen guten Morgen bei doch sehr freundlichem Wetter wünsche ich Ihnen. Ich bin zurück nach zweieinhalb Wochen Abwesenheit. Eine wirklich fiese Erkältung hatte mich erwischt. Aber es geht weiter, weil es gibt ja viel zu tun. Ich habe hier mal das aktuelle Amtsblatt. Ich hoffe, Sie haben es bekommen. Wenn nicht, dann sagen Sie oder schreiben Sie es uns bitte. Dort steht ja immer alles drin, was so wichtig wird. Zum Beispiel auch die Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung, die an diesem Mittwoch in Heidemühl stattfinden wird. Mit einer anspruchsvollen und abwechslungsreichen Tagesordnung. Auch sehr beliebt unsere App, die sich weiter wachsender Beliebtheit erfreut. Ich war, wie gesagt, zweieinhalb Wochen nicht im Dienst und habe mich, so wie Sie, dieser Möglichkeiten bedient. Was wird wichtig in dieser Woche? Am Dienstag, am 8. Oktober, der Workshop zur Freiflächengestaltung. Sehr interessant. Ich hoffe, viele Sprenbergerinnen und Sprenberger kommen in unser Spreekino, beteiligen sich. Es gab ja auch eine vorgeschaltete Online-Beteiligung. Schauen wir mal, was für Ideen wir den Planern mitgeben können. Denn mitgestalten wird zunehmend wichtiger. Ich werde mich in dieser Woche auch wieder mit dem wichtigen Thema Netz Zero Valley beschäftigen. Ja, es geht darum, dass wir eine Sonderwirtschaftszone werden. Ganz wichtiges Thema tatsächlich für die nächsten Jahrzehnte, für Spremberg als starker Wirtschaftsstandort und für die gesamte Lausitz. Viel Kraft ist da erforderlich. Am Samstag dann die German Masters von der SG Einheit auf an der Spree. Ich freue mich sehr darauf, die Gewinner dann gemeinsam mit der Leitung der SG Einheit am Samstagabend auszeichnen zu können. Und auch da möchte ich Sie darum bitten, kommen Sie zur SG Einheit, schauen Sie sich die Wettkämpfe an. Die Sportlerinnen und Sportler freut es sehr. Also eine anstrengende Woche liegt vor uns. Wetter soll schön werden. Also los geht's!